Herzlich Willkommen zur 46. Folge Warptorio mit Illuria und Maximilian. Ich grüß euch. Verdammte Axt, ich hab mich verrechtert. Wir haben hier 5 Maschinen. 6 Maschinen. So, Prozessoren. Was fehlt? Plastik. 17, 17, 17. Hab ich noch Kabel? Kabel hab ich noch. Grüner wie auch. Plastik. Ach, wieso ist das schon wieder Nacht, ey? Tja. Es kommt vor. Aber immer im zeitigen Moment. Ja, das stimmt. So, dann sollte ich doch die hier machen können, wenn das da jetzt mal langsam losgeht. Kann ich leveln? Ich kann noch nicht leveln. Ah, wie ich gerade sehe, auch Opa baut hier Geschwindigkeitsmodule für die Massagemaschine. Montage, nicht Massage. Montage, hab ich auch gesagt. Du hast Massage gesagt. Schön wär's. Naja, hat keiner darüber nachgedacht, den Warp Beacon hier in der Ebene tiefer mit Level 2 Speeddingern auszustatten? So weit waren wir noch nicht. So 3510 Gleise. Ich opfere meine 2 Geschwindigkeitsmodule 2 für den Warp Beacon hier unten. Ey, die Maschinen gehen hier gerade richtig ab. Herrlich. Flimm flimm flimm. Spielt jemand mit dem Teleporter? Was ich noch machen wollte? Ich bauche für das hier. Kann ich nicht bauen, weil Stahl... Ey. Okay. Ja, wir haben auch keinen Stein mehr. Oder fast keinen Stein mehr. Boah, hier oben die Kiste sehe ich gerade... Ja, die Kiste da oben, die Kiste oben darf normalerweise hier gar nicht stehen. Okay. Weil die Kiste für Stahl ist eigentlich das hier zum rausnehmen. Oh. Oh, Roboter. Elektromotoren. Und die sieht nämlich ganz ganz übel aus. Ähm... Wo wird Schmiermittel hergestellt? Nirgends. Wie hast du dann deine Bots hergestellt? Hast du eine Bots? Du hast doch schon Taschenbots. Du hast doch schon Taschenbots. Nein. 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 Hier, Luria. Wo wird denn Öl gemacht? Oben. Hätt doch mal einfach nach. Ja, ist ja gut. Ich habe gerade nicht nachgedacht. Wie war das? Äh... Wie war das? Äh... Das war, glaube ich, meine Frage, ob Schmiermittel hergestellt. Ne, doch nicht. Wo. Schon gut. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Ich erinnere mich auch wieder an die Kiste. Wie war das nochmal mit dem Denten? Ich glaube, man sollte das dem Pferden überlassen. Die haben die größeren Platte. Alter, Lüge. Du traust jetzt nicht wirklich die Motoren anhalten daraus, die ich die ganze Zeit herstelle. Ich habe dafür neue Motoren reingeschmissen. Für die Nachtproduktion. Dafür kriegst du die doppelte Menge. Ich habe nur 12 rausgenommen. Und dafür habe ich die 30 normale Motoren reingeschmissen. Dann dauert es ja noch länger. Du hast doch schon 52 drin. Ich brauche 4.260 Stück. Für was? Warum brauchst du so viel? Für die Produktion. Ich baue gerade massiv vier Wissenschaftspakete. Oookay. Damit wir unsere nächsten Forschung durchbekommen. Das ist schon heftig. Aber mir geht gerade nicht, wofür du elektrische Motoren brauchst. 15, 15, 16, 17, 18. Für die Flugrobotergestelle, die man für die gelben Flaschen braucht. Für Zubehör. Ah, ich sehe es gerade. Ja, ich sehe es. Ach, das ist aus dem Bildschirm raus. Ja, ich sehe es gerade genauer. Okay. 19, 20, so. Ich baue es. Dann gehe ich mal in den Keller und baue ein Kraftwerk. Ich baue es mal drum. 20. Was? Moment. 20? 2000. Oh, shit. Ich habe zu viele hergestellt. Nein! Moment, abbrechen, abbrechen. Opa, drehen wir irgendwie Eisen nach oben? Nein. Also Eisenplatten? Nein. Dann musst du entweder rote, grüne oder sonst irgendwelche Sachen nach unten bauen. Äh, bis wir mal nach oben bauen. Weil hier ist absolut kein Platz, da musst du hier unten umbauen. 21, 2, 3, 24, 2400. Ich brauche 3510. Schade, dass man die nicht komplett umdrehen kann, auf welcher Seite die runter, äh, rausdehnen, oder? Ne, das funktioniert leider nicht. Was ist denn da? Ne, das ist ja so. 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 2400 2400 so und du brauchst so als nächstes dann flugroboter gestell das da das elektronische schildkreise und das verdammt und die elektromotoren die schwefelfabrik hier die ist zufälligerweise genau da wo die kraftwerksanlage gehen muss es sei denn ich kann es vielleicht bitte erdgeschoss unten links ich muss erst mal ganz kurz dass 102 2400 25 26 27 28 29 3000 3100 3 pils 200 3300 ich hab's da ich 1300 3400 3500 Was passiert wie ich das gleich so mache passt so überschuss kommt da mit rein und jetzt dass das da das da das heißt 117 durchläufer jawohl die laufen sowohl sich gekommen und er hat geschoss unten links also nicht den außenposten sondern direkt die plattform unterrichter bin ich 1 batterie ist echt sinnlos das funktionieren wir könnten das sind mit dem motoren auch so machen eigentlich sind ja die gebauten sachen sind ja auf europa plattform ja nicht dann auch mit frage ist halt nur verbinden sich die unterirdischen wieder wenn sie nach dem wort oder das weiß nicht auch müssten sie eigentlich aber ich weiß nicht wie du hier noch eisen raus bekommen möchtest aber es müsste eigentlich gut hier vorne wird ja nur eisen das eisen für stahl ich könnte hier lang hier runter das ist ja nicht das problem ja aber wie wird sie vernünftig rauskommen weil du hast du musst das aus dem hier aus aus dem linken ja das kriege ich nicht hin ich müsste von einem band abgehen und das ganze vergessen allerdings gehen die stahl und stahl aber jetzt schon zu wenig du musst hier aus dem linken aus oder ich muss den linken noch irgendwie mit anschließen dass der zumindest mit läuft bringt trotzdem nichts weil das fließband dann trotzdem nicht viel mehr transportiert oder nur seine 30 gegenstände du musst hier irgendwie rauskommen muss sie immer umbauen ja dass ich umbauen muss ist klar dass es steht doch auf der to-do-liste nur ich wollte zeit eigentlich auf und erstmals schäfelsäure vernünftig oben herstellen und dann wurde ich einen umbau gehen das wird nicht ohne umbau von statten gehen weil du kommst hier einfach nicht raus was hat alles zugebaut ja das ist ja noch was zeiten wo die plattform viel kleiner war richtig aber wie gesagt dann musst du umbauen weil so kommst du hier nicht voran weil jetzt kommt gleich der nächste floor unten bei mir weil ich versuche nämlich jetzt die nächsten beiden floors durchzubekommen also den und er noch mal und dann brauche ich mich unten auch komplett um und dann ist eh kein eis doch dann ist kein eis und kein kupfer mehr da dann muss ich mich die ganze geschichte unten auch massiv umbauen wobei kupfer jetzt schon eng wird beziehungsweise nicht existent ist wo geht denn der hier hin du läufst da rüber und läufst dann darüber läuft dann dahin du läufst da du läufst ja das würde dann aber wahrscheinlich auf einem kurz zeitweise in ausfall davor schon hinauslaufen weil wenn ich jetzt hier umbauen dann baue ich es gleich richtig vernünftig auf dann müsste man gucken dass man sagt was aufkommen wir machen die begrenzung der forschung aus lassen die die kisten hier vor laufen da müsste es ja eigentlich gehen dann hätte es ja so 56 in folgen luft dann das war aber die kisten ja mal vor laufen und in die begrenzung raus ich kann das stück für stück wieder an klar aber weil dann würde ich halt vernünftige separate ineinander geschlossene produktion weiß du musst gucken dass du halt sage ich mal die ganzen rohstoffe irgendwie außen baust und hier in der mitte drin halt die roten grün militär blau lieder und gelbmast naja ich weiß wie in dem bereich aber der bereich wenn du mal drüber die ist der ist wirklich schon der geht ja schon fast bis an die ränder ja aber da geht wirklich nur bis zum rand und danach ist er nicht mehr weiter weil da würde ich gehen da geht nur bis genau bis wann also würde ich jetzt noch um zwei dinger vergrößern und danach war es das ja aber das kann ich ja dann die wo jetzt zum beispiel die granaten sind da kann ich ja auch nehmen und militär kann ich theoretisch theoretisch da auch stehen stellen weil es ist ja noch ein bereich eine fabrik die letzte fabrik außerhalb aber ehrlich eine fabrik ist also wie gesagt wichtig ist halt wenn sobald die kisten hier unten voll gelaufen sind dann kannst du umbauen das heißt da muss ich mal gucken dass ich eventuell doch noch mal kupfer umsetze weil kupfer sieht mich ganz ganz übel aus haben wir noch irgendwo kupfer da oben dann muss ich mal kann ich mal ganz gut auf die karte gucken ob ich in die richtige richtung zu kupfer laufe ja ja tust du kannst dich jetzt komplett linz halten ah ja ich sehe es ok danke Ah, das wird alles schwierig. Was war das jetzt? Ja, ich habe den Kupfer aus dem Posten oben hingestellt. Ach so. Weil, wie du siehst, was so an Kupfer hier gerade bei dir ankommt. Ich bin gerade im Erdgeschoss. Ja, dann komm mal runter. Dann siehst du mal, wie viel Kupfer wir hier haben. Ja. So ungefähr nicht mehr existent. Was? Was? Was ist da gerade zerstört worden? Kohle. Wird gerade zerstört. Ich bin sofort unterwegs. Gibt es ja wohl nicht. Ich hatte da alles verteidigt. Ja, hier nicht. Nein, das Mini-Kohlefeld hattest du nicht verteidigt. Ach, das Mini. Sag mal, hat irgendwer gerade Liederflaschen reingeschmissen? Ja, ich. Okay. Sehr gut. Habe ich mir einen Tadel gefunden. 114 Stück. Sehr gut. So, dann brauchen wir das Ding. Und danach können wir dann... Genau, dann kommt nicht die Warp Harvester. Wo haben wir denn Warp Factory? Warp Factory braucht nochmal 300. Der braucht 300. So, das wollte ich gerade fragen, aber schaffen wir das vielleicht, bevor ich den Umbau mache, nochmal den Factory-Floor nochmal einmal durchzuhauen? Dann brauchen wir... Dann brauchen wir... 300 Flaschen. 300, 600, 650 Flaschen. Holla! Werden irgendwo Rohre hergestellt und gelagert? Ja, unten im Erdgeschoss. Äh, im Ersten Untergeschoss. Er ist das Untergeschoss irgendwo links oben, Mitte. Also mittlerer Bereich links oben. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder zerstört? Tum und Maul beschädigt. Öl. Ah, Öl. Okay, sofort unterwegs. Ja, das sind auch noch normale, der wahrscheinlich auch eine Munition. Als die letzte Mal dort war, war noch genug Munition. Okay, Rohre werden hergestellt, gepuffert. Äh, werden Rohre scheinbar nirgendwo. Doch, werden sie. Mittlerer Bereich und oben links. Ich bin oben. Aber halt im inneren Kern, nicht im Außenkreis. Ich bin im inneren Kern. Ja, da sind doch, ich fließt, bin alle voll. Du stehst direkt daneben. Hier ist einfach keine Kiste, wo ich mich ausbedienen kann. Nö. Das meine ich doch. Aber eine. Ich hatte doch hier auch nicht an ihr händestellt. Eben, das meine ich ja, hier ist keine. Deswegen frage ich ja. Ah, nee, nee, Rohre nicht. Motoren habe ich hier hingestellt, stimmt. Ja, aber Motoren war nicht die Frage. Dann kann ja hier die andere Anlage, die ich mal hingebaut habe, für Motoren, die kann abgerissen werden. Die brauchen wir dann nicht mehr. Okay, das heißt, wir brauchen 650 Flaschen. Alter Schwede. Gut, das heißt. Alles gleich reicht. Ich bin unterwegs. Okay. Unten rechts haben die Viecher es wohl wirklich abgesehen. Gute, ja, gute Idee. Okay, stabilisieren. Maximilian muss Start ausbauen. Dringend. Ach, ja. Von lauter Leichen sieht man hier nichts mehr. Tö. Ey. Wenn ich euer Spuckknapf oder was ist los, ihr Mistviecher. Das machen wir, die Stahl rauszunahmen. Äh, ja. Ja, dann kann ich auch dann Stahl ausbauen. Dann muss es die aus den Fließbändern oder aus den ganzen vollen Hochhülfen nehmen. Okay, diese Tüme reichen nicht, wie sie aussieht. So, grüne Schaltkreise. Sag mal, Elins, was habt ihr eigentlich gerade für Schmerzen? Ah, 260. Ich brauche rote Schaltkreise. 260 Stück. 230. 240. 243 reicht nicht. Äh, haben wir einen Stromausfall oder was ist hier los? Ja, wir haben einen Stromausfall. Wieso haben wir einen Stromausfall? Das weiß ich nicht, du bist der Stromausfall Auftrag, ja. Ich gucke nach, was los ist. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Stimmt. Für diese Folge sind wir endlich angelangt, liebe Zuschauer. Wir hoffen, dass ihr einen Spaß gelaufen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschüss. Tschau, tschau.